Naja, aber Team Blau weiß ja, glaube ich, auch, dass je weniger Jira stirbt, desto mehr Punkte kriegen sie. Ah, guck mal, er wurde gesehen. Ich renne voll hier. Ja, jetzt hat man ihn gesehen, jetzt brauche ich es nicht mehr. Ach, ich bin immer den ganzen Mist hier im Inventor. Das Feuerwerk behalte ich für nächstes Mal. Das ist gut. Aber selbst Team Blau hakt auf ihn rum. Ich bin schlimmer als RTL. Also, ich meine, RTL manipuliert ja auch Sendungen aufgrund der Einschaltquoten. Und ich mache hier im Endeffekt dasselbe. Nur ich töte halt keine Hunde von kleinen Mädchen. Das ist der Unterschied, äh, ich habe noch eine ethnische Grenze. Ja, ja. Der Saalfrank-Skandal, kann man sagen. Ich mochte die gute Katja nie. Geht das nur mir so, oder mochte ihn überhaupt jemand? Naja, aber jetzt hören wir auf, Feuerwerk zu machen. Ich meine, jetzt hat er auch wieder einige Kills bekommen. Und hier... Ah, Donfin, Donfin mischt sich ins feindliche Lager. Yay, das ist Action. Äh, und ein Zombie kleert. Power ist mutig. Rennt hinterher. Ah, jetzt steckt er da in dem... Ah. Schade. War eine mutige Aktion. Hätte er es geschafft und alle vier gekillt. Aber hey, dieser Bunker, dieser Bunker ist toll eigentlich. Ich mag das, wie sie sich hier drin formiert haben. Das ist wirklich... ...ne tolle Sache. Ey. Hä? Toll. Ah, ja, der gute Karbo. Karbo. Auf Kase. Ah, diesmal hat es wohl mit dem Verstecken nicht ganz so geklappt. Jetzt sind sie alle hinter ihnen her. Boah, ich glaube, die haben alle so eine Stinkwut. Ich glaube, wer Friendly Fire an, würden selbst die blauen Kase töten. Und was ist da drüben? Da drüben ist Zombie Apocalypse. Hinter... Wer ist das her? Twilly. Ah, sie gehen lieber ins Wasser. Fabian rennt auch noch hinterher. Oh, das könnte eng ausgehen. Ah. Das ist wirklich ein Duell vom Feinsten. Vor allem, wie Twilly hier rumspringt und die Luft... ...loll. Der arme Zombie, er konnte auch nix dazu. Don't find with that away. Ei. Na, die kriegen Twilly jetzt doch wohl klein. Ja. Und was ist mit Karbo? Sehen sie Karbo überhaupt? Also ich mein, Power guckt jetzt ja irgendwie... ...mit dem Rücken. Ah. Bessere Rüstung gefunden. Ey, ist der jetzt full Diamant? Na fast. Die Hose fehlt noch. Und wo hat sich Kase wieder? Kase camet unten. Echt? Mal nachschauen. Twilly. Ich fall nur von der Treppe? Also entweder er kommt jetzt gleich hoch, oder... Hallo, was macht der da? End da im Kreis? Äh. Ja, los, hoch! Hä? Ich wusste gar nicht, dass ich hier unten, äh... ...Slow Sun drin hab. Ah. Äh. Hä? Soll er mal kurz re-loggen? Na, jetzt geht's plötzlich. Noch ein bisschen länger rumgetrödelt und ich hätte ihn kill verpasst. Oh, den hat er eigentlich verdient fürs Campen. Naja. Soweit ich den Code hab halt. Was heißt das? Hier kann man doch eigentlich gar nicht failen. Anscheinend schon. Äh. Man weiß nicht, ob das jetzt gespielt war, oder wirklich. Äh. Hm. Player. Add. Kase. Nier. Äh. Increment the player scores object by count. So. Er hat einen Kill gegeben. Yuki, slain by... Ach, äh. Die Zeit auch mal wieder im Auge behalten. Mein Gott, es sind ja nur noch zwei Minuten, dann kommt der nächste Witter ins Spiel. Dann wittert es hier aber schon ganz schön im Karton. Und, äh, die letzten fünf Minuten vom Turnierbeginn. Das darf man nicht, äh... ...vergessen. Dass es gleich zu Ende geht. Hm. Ist Casey jetzt schon wieder da unten? Natürlich. Achso, er war ja... Achso, er war gerade slain. Okay, dann ist... Dann ist in Ordnung. Ich dachte jetzt, der würde immer noch da unten stecken. Aber man muss ihn so ein bisschen im Auge behalten. Und... Line Knight, slain by Carbo. Carbo was slain by Power. Zergi. Renn einfach so rum. Und Line Knight, der hat... Oh, jetzt hat er kein Glück mehr. Carbo, du hast einen Herzinfarkt ausgelöst. Lol. Ja, genau. Also, das ist das Schlauste, was man machen kann, Zergi. Man rennt genau da rein, wo vier Blaue stehen. Ah, die Taktik ist wirklich... Also, sie ist gut. Also, ich meine, die lassen sich auch nur gerade mal ein paar Meter vor die Tür locken. Das ist wirklich... ...ne richtig gute Arbeit. Außer Carse, der seine One-Man-Show hier abzieht. Aber was die sonstigen vier Blauen machen, das ist richtig beeindruckend. Das kann man nicht anders sagen. Rot rennt rum. Also, hier lang rennen. Man sieht den Witter. Die anderen Witter stehen dort an der Wand, tun gar nichts. Und trotzdem rennen sie gegen den Witter an. Man kann... Also, da kann man mir nicht erzählen, dass da irgendwas... Und da, guck mal. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt darf man ihn abschießen. Oh, er macht's richtig. Schön weit weg erstmal vom Gewühl und dem Kampf und sich eine Position suchen. Yuki macht's auch richtig. Nur der Witter mag sie nicht. Und da sucht Carse sich ein neues Versteck. Irgendwo in den Trümmern dieses ehemals schönen und noblen Wohnhauses. Hach, war das mal ein schönes Haus. Ich mag die so zerstörte Stadt immer noch. Also, ich finde, die hat einfach Style. Und der letzte Witter wird ausgelöst. Jetzt sind wir schon eine Minute drüber. Oh, und der geht auch hier direkt auf Blau. Ob das jetzt ein Vorteil für Blau ist, oder... Aber Blau hat sich jetzt auch rausbewegt, so ein Stück. Ich muss sagen, Blau hat diese Ecke hier fest in den Griff. Und Carse hält sich aus sämtlichen Kampfgetümmeln raus, so wie Carse halt... Hä? Hä? Was ist er denn? Ja, ohne Witter. Dann wäre hier die Bombenstimmung doch nicht da. Ist der gestorben irgendwann zwischendurch? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Hat er sich jetzt doch mal hier beim Lager eingefunden? Nee, das Lager ist infiltriert, würde ich fast sagen. Raiyuka ist die letzte, die das Lager noch hält. Power kommt zur Hilfe. Wen haben wir da hinten? Au, 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 au. Das war grenzwertig, aber beide haben aufeinander eingekloppt. Da kann man jetzt nicht wirklich einen Schuldigen erkennen. Und meine schönen Kakteen. Ich pflanze nach jedem Turnier neue Kakteen. Also das Schlauste wäre wirklich hier direkt in die Mitte erstmal rein. So. Carse bei Creeper. Hat er verdient. Ah, das war ein Lehm-Creeper. Von Misa wohl bemerkt. Muss man ja dazu sagen. Misa ist ja sehr streng, was ihr Texture Pack angeht. Sie erlaubt ja wirklich nur sehr wenig. Let's fetz in den letzten Minuten noch zwei Minuten. Ich hole mir schon mal den Detrock aus dem Inventar raus. Huch. Raiyuka. Spinne, Witter, Creeper. Und im Endeffekt überlebt sie alles. Da erzählt sie immer. Sie kann nicht mit Monstern umgehen. Double-Kill, Bitch. Lol. Ja, da würde ich jetzt nicht reingehen. Also, äh. Da könnte man jetzt singen, es regnet Creeper. It's rainy day. So. Karbold wittert away. Ah, jetzt hat Kasi, jetzt wo ich sein Versteck da quasi infiltriert hab. Zwergi, du Pussy. Ich sag lieber nichts. Ich will ein Pentakill. Lol. Seit wann kann man aus Entfernung mit einem Schwert treffen? Aus sechs Blöcken Entfernung? Keine Ahnung. Scheint ja geklappt zu haben. Hier muss zugemacht werden. Unten. Jo. In einer halben Minute allerdings erst. 29 Sekunden. So, Zwergi lassen wir noch hoch. Ich hoffe, das geht jetzt hier gut. Ja, wunderbar. Ich sollte mir mal einen Express-Eingang bauen, wo ich einfach nur runterspringen kann. So. Lassen wir die noch durch hier. Zehn Sekunden haben sie noch. Da machen sich alle nochmal bereit. Ah, wie schön, dass inzwischen mit den Spawn-Punkten geklappt. Ich bin ja begeistert. Wenn ich überlege am Anfang, wie das mit den Betten funktioniert hat. Da brauchte man auf Multiplayer noch einen zusätzlichen Mod, der das mit den Betten richtig regelt. In dem Fall auch Last Witter Standing. Oh Gott, meine Rechtschreibung, wenn ich eilig habe, ist auch nicht gerade die beste. So, aber hier hat sich blau wieder einigermaßen positioniert. Jetzt ist die Frage, wo ist rot? Ist überhaupt jemand gestorben in der Zeit, seitdem ich zugemacht habe? Die habe ich noch durchgelassen. Alle müssten oben sein. Juki! Ne, Case ist der erste, der raus ist. Jetzt, wo er kein Versteck mehr hat, ist er irgendwie vogelfrei. Ich habe Don hat gewonnen. Mit wenigsten Zähne. Ja, ich glaube, den kann man auch nicht mehr einholen. Trotzdem geht der Gesamtsieg, würde ich mal so auf Anhieb schätzen, an blau. Wo ja quasi, man hier hat sich jetzt rot verbarrikadiert. Und gleich nimmt man blau. Wisst ihr, ich war noch nie ein Fan von der Mauer. Ey, Zwilli hat es als erster gemerkt. So, wir gehen da zu erster. Carbo, Zwilli, Juki. Drei, äh, zwei Grote müssten noch leben. Zwergi und... Zwergi und wer noch? Don. Ah, das war jetzt ein Gemetzel. Obwohl Zwilli es ja noch zuerst, äh... gemerkt hat. Wo haben wir denn die beiden? Don und Zwergi. Aber muss sagen, Don ist wirklich der einzige Rote, der spielen konnte, wenn man sich das mal so ansieht. Boah, ich bin gemein. Wo sind denn die beiden? Die Witte haben... Gut, dass ich da Glas habe. Ich wollte ja erst ohne Glas...